Hallo, ich bin Prof. Stefan Sack, Herzspezialist an der München Klinik Neuperlach am Städtischen Klinikum München. Meine Arbeitsschwerpunkte sind die Akutmedizin, also die Behandlung des akuten Herzinfarktes, der Lungenembolie, der Ortenerkrankung und von Patienten im kardogenen Schock, die uns mit dem Rettungshubschrauber oder dem Notarzt gebracht werden. In meinem Arbeitsalltag begegnen mir häufig Herzkranke mit Diabetes mellitus. Die Zuckerkrankheit ist ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. Der Diabetes mellitus betrifft aber auch andere Organe, vor allem die Augen, die Niere, aber auch die peripheren Gefäße, wie zum Beispiel die Halsgefäße und die Beingefäße. Der Diabetes mellitus fördert die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung. Viele Diabetiker erleiden einen Herzinfarkt und 40 Prozent sterben daran. Beim Diabetes mellitus unterscheiden wir den Typ 1 und den Typ 2. Der Typ 1 Diabetes mellitus wird auch der Juvenile Diabetes genannt, weil er vor allem junge Menschen und auch Kinder betrifft. Der Juvenile Diabetes ist dadurch gekennzeichnet, dass Insulin völlig fehlt. Die Bauchspeicheldrüse ist nicht in der Lage, Insulin zu produzieren. Insulin ist aber notwendig, um Blutzucker, die sogenannte Glucose, in die Zellen der Organe zu bekommen. Das heißt, das Insulin ist sozusagen der Gatekeeper für die Glucose. Nur dann sind die Organe in der Lage, ihre Arbeit auch zu leisten. Das bedeutet, dass der Typ 1 Diabetes insulinpflichtig ist und der Diabetiker von außen Insulin zuführen muss. Die Ursache beim Typ 2 Diabetiker ist ganz anders. Hier ist genügend Insulin vorhanden, aber das Insulin gelangt nicht in die Zellen, weil die Türen an den Zellen verschlossen sind. Hier gibt es verschiedene Medikamente, die diese Türen aufmachen, sodass das Insulin dann wieder in die Zellen gelangen kann. Beiden Erkrankungen, sowohl dem Typ 1 als auch dem Typ 2 Diabetes ist gemein, dass die Blutkose sich in den Gefäßen ablagert. Dadurch kommt es zur Entwicklung von Gefäßveränderungen, die wir Arteriosklerose nennen. Die Folgen sind, Herzinfarkt, Verschlechterungen des Sehens, weil die Augen belastet werden, Einschränkungen der Nierenfunktion und auch andere Organsysteme können vom Diabetes mellitus betroffen werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass eine gute Blutzuckereinstellung vorgenommen wird und der Patient darüber hinaus auch an sportlichen Aktivitäten teilnimmt. Die Bewegung ist also ein wichtiges Element in der Therapie des Diabetes. Der Diabetes mellitus ist eine Wohlstandserkrankung, da er in Ländern mit wenig körperlicher Aktivität, hohem Konsum an Genussmittel und wenig Bewegung besonders hoch ist. Die Rate des Diabetes mellitus liegt in verschiedenen Ländern zwischen zwei und zwölf Prozent. Bewegung ist eine gute Möglichkeit beim Diabetes mellitus, die Stoffwechselsituation und die Durchblutung zu verbessern und die Beweglichkeit zu erhalten. Für den Typ 1 Diabetiker gilt, dass die von extern zugeführte Insulindosis vor sportlicher Aktivität reduziert werden muss. Aber auch der Typ 2 Diabetiker profitiert von sportlicher Aktivität. Hier ist die Insulindosis bzw. die Dosierung der Medikation weniger kritisch als beim Typ 1 Diabetiker. Insbesondere für den Typ 2 Diabetiker gilt, dass bei Ausübung von sportlicher Aktivität gutes Schuhwerk getragen wird. Es besteht die Gefahr, dass durch kleine Verletzungen wie zum Beispiel Ragaden oder das Auftreten von Blasen durch inadäquates Schuhwerk Verletzungen an den Füßen entstehen können. Durch diese Verletzungen gelangen Bakterien in die Blutbahn und es kann zu Infektionen an den unteren Extremitäten kommen bis hin zur Sepsis. Deswegen gilt hier die Prophylaxe. Das heißt also eine vorbeugende Maßnahme, in dem gutes und gesundes Schuhwerk getragen wird, um Verletzungen an den Füßen zu vermeiden. Der junge Diabetiker wird versuchen, die gleichen Sportarten wie seine gesunden Altersgenossen durchzuführen. Für den Altersdiabetiker bietet sich an, Sportarten im Ausdauerbereich, die weniger verletzungsträchtig sind, durchzuführen. Dazu gehören Radfahren, Golf und Wandern. Auch damit lässt sich ein sehr schönes Freizeitangebot umsetzen. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Wir zeigen Ihnen jetzt ein gutes Beispiel für ein moderates Muskeltraining und auch ein Experten-Talk, in dem Sie mehr Informationen bekommen.